Hier wird fleißig gearbeitet an der Produktion. Die ganzen Kölzen müssen aufgesteckt werden, noch vor der Verschnitte. Deine Kollektion wird da präsentiert, erzähl uns ein bisschen darüber. Letzten Sommer gab es eine Reise nach Japan, David Tomaszewski Go Japan und die Reise geht ein bisschen weiter. Wir haben die Blumen aus den japanischen Gerden rausgenommen, zeichnen lassen und in den Bauchhaus als Ranken umgesetzt. Und es kommen noch ein bisschen mehr Kois dazu, aber Winterkois. Das ist so eine Crossover zwischen Japan, 60er Jahren und Tapeten aus 19. Jahrhundert. Also es ist quasi so ein bisschen so ein ganz wilder, kreativer Prozess, aus dem sich dann irgendwann der Fokus entwickelt. Genau, also am besten ist immer kein Fokus zu haben, weil der Fokus hindert uns immer. Wie ist das gekommen, dass du so ein Fable für diese fließenden drapierten Sachen hast? Ich sage es immer wieder, meine Mutter. Meine Mutter ist eine von den wichtigsten Frauen in meinem Leben und sie trug schon immer Kaftanne. Das ist ein Kleid, das ist so unser typisch David Tomaszewski Kleid, das ist alles aus zwei Stücken drapiert. Das heißt, der Schnitt entsteht, das ist ein großes Stück Fabrik und das ganze Kleid geht nur mit einem Griff so zu und auf. Erzähl uns ein bisschen über die Stoffe, wie wählst du die aus, wo kommen sie her? Stoffe kommen fast alle aus Frankreich, Italien, aus UK und wir customizen viel. Wir machen fast jeden zweiten Stoff für uns, lassen färben, lassen weben, eigene Muster. In Japan machen wir Strick, gerade aus Kaschmir. In der Türkei machen wir auch Sweatshirt, weil die das wahnsinnig gut können. Wir haben jetzt mit Jeans angefangen, die kommen auch aus Turkei, weil das ist ja Herburg, der Jeans. Und da kommen immer wieder neue Sachen dazu, wenn man einen guten Lieferant findet. Und meine Devise war schon immer, arbeite langfristig mit deinen Partnern, weil dann kannst du bessere Ergebnisse erzielen. Von der ersten Skizze bis dem fertigen Produkt, was würdest du sagen, wie viele Stunden gehen ungefähr in so einem Kleid? 60 bis 100 Stunden ist es schon. Wenn das noch bestickt wird, unterschiedliche Stoffe ausprobiert werden, denn nicht jeder Stoff eignet sich vor alles. Manche ziehen es nicht mit und so weiter und so fort. Das ist ein wahnsinnig komplexer Prozess. Und das ist halt das Problem, was wir heute haben. Alle denken, das Kleidungsstück, was vor zehn Euro irgendwo hängt, hat keine Arbeit gekostet. Du verkaufst ja wahnsinnig gut und viel zwischen Berlin und Los Angeles. Du bist unter anderem auch im KDW vertreten. Wie wichtig sind solche Relationships zu diesen großen Modehäusern? KDW war eine große Ehre und es funktioniert wahnsinnig gut. Das ist jetzt dritte Saison. Das war auch der Fokus, die ersten besten Stores auszusuchen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Auch in L.A. sind wir jetzt gerade vertreten, um einfach die Marke zu bilden. Und wir haben immer mehr kleine Boutiquen, die von einer Person geführt werden und die verkaufen wahnsinnig gut, weil da ist ja viel Liebe dahinter, viel Mühe und so. Und ich glaube, so haben wir. Jeder muss seinen eigenen Plan haben. Es gibt keinen Plan. Es muss man nach Gefühlen gehen. Und du bist jetzt nun mal in Berlin. Du bist jetzt nicht mehr weggegangen, schon seit ein paar Jährchen. Wieso bleibst du hier? Ich liebe diese Stadt und seit dem ersten Mal, wo ich hier war. Vielleicht ist es auch meine Bequemlichkeit heutzutage, dass ich sage, hier ist mein Zuhause. Aber vielleicht konnte ich nicht das alles machen, was ich gemacht habe, wenn ich in Paris wäre. Ich glaube, ich dürfte die Fashion-Szene mitbilden und ich glaube, das war die richtige Entscheidung damals.